So, ich hau mal hier auch ein bisschen Eisen rein. Nein? Hast du das Eisen gerade rausgenommen? Ah, okay. Ist drin. Ne. Okay. Jetzt sollte doch... Ja gut, ist ein bisschen viel hier drin. Ja, das ist eine ordentliche Menge. Da sollten wir auf jeden Fall die Rüstung für alle bekommen. Wird schon welches rausgenommen? Damit, wer ordnet es an? Oh, cool. Na, ist cool. Was ist cool? Wenn man... Bei Gärtnern habe ich jetzt das zweite Level, da kann ich auswählen. Ich habe eine 10% Chance, dass kein Wasserverbrauchte, wenn ich die Gießkanne benutze. Ah ja, das ist echt nicht schlecht. Kerrex, ich habe jede Menge Kerrex. Das ist nicht schlecht. Gold kann man schmelzen. Nehme ich das Gold gleich mit. Das kommt hier rein. Das kommt da rein. Das kommt hier rein. Das ist auch sowas. Wo ist die Valuable-Kiste? Ah, da ist auch so ein Schad. Ach, jetzt hast du da die Herzen angebaut. Ja gut. Da ein Kugelst. Was ist das? Ja, ja, passt schon. Sehr gut, okay. Geld habe ich auch weniger. Ich brauche eh wenige Unterstützung, Basti. Das ist voll die Ärmer, ey. Auf dem Feld. Ja, das glaube ich sofort. Der Bauer, beide. Der Bauer. Pissenthead. Cave Food. Oh, ein weiteres Schwert. Ein weiteres Kist. Will jemand die Ocarina of Time haben? Oder die Ming-Vase da? Was ist die Ocarina of Time? Unbezahlbare Ming-Vase. Ja, die habe ich auch gefunden. Was ist das Wert? 78 und, naja, unbezahlbar. Sie gibt plus 32, die Ming-Vase. Hier, ich werfe sie mal hin. Hier, die Ocarina ist wertvoll und die Ming-Vase ist nicht so wertvoll. Kannst du mit der spielen? Du hast sie gerade in der Hand. Wer witzig, wenn man Musik machen könnte? Wo baue ich denn? Nee. Die kannst du bloß verkaufen. Ja, schade. Hä? War trotzdem interessant, die zu finden. Moment, warte mal. Wir können doch die Ocarina of Time. Wieder aufheben, schon her. So. Jetzt haben wir die Flöte. Cave Link-Bread. So, ich verstehe. Oben waren die Tränke, oder? Ja, oben sind Tränke. Huch. Na, die Tränke bei mir. Enrage and Stone Skin Potion. Sehr gut. So, ich brauche ein bisschen Eisen, um meine Pickaxe wieder zu reparieren. Zwei Eisen hat's gekostet. Frech. Oh, Geld haben wir ganz viel. Nein, jemand hat schon das Eisen geplündert. Gold und Fiber. Gold und Fiber. Gold und Fiber, Gold und Fiber. Ich brauche. Hm, dass da unten wir noch gegossen wurden. Greed, Greed, Greed 15, 13 Ja, den kann man noch raushauen da Den einen Samen Den einen Samen will er raushauen Plus 19% Armor while at low health Okay, das ist der Set-Bonus Wie viel Armor gab es denn extra jetzt? Wir hatten 15, 23 und jetzt macht es 34 Ja, das ist schon ordentlich Ah, der FN hat schon seine Eisenrüstung fertig Das bin ich Achso Was brauchen wir denn? Schweißen sie alle das Erzerei? Ja, weil gerade alles am schmelzen war Deswegen konnte ich nichts weiter da rein tun Sehr gut, sehr gut Ah, da ist noch eine Rüstung fertig Sehr schön Und hoffentlich haben wir Ja genau Wir haben noch genügend für noch ein drittes Set Wenn ich... Machst du das? Okay Nee Achso, ja Weil ich würde mir dann jetzt mein Set machen Ja Tu das Ich schau mal, ob was zu kochen Wird er da ist? Es ist sau viel Ich kann jetzt mal die Carrots testen So Wir machen Carrots Fünf Carrots Nee, mehr Carrots Ich habe ja mehr Rezepte Also Carrot mit Herzteil Carrot mit Leuchtblume Hat jemand eine Muschel? Äh, einen Pilz Bräuchte ich mal wieder Hat jemand zufällig einen Pilz? Nö Das ist Schlecht Wie kriegt man Pilze? Hm Wachsen die irgendwo nach? Hier ist eine Höhne Da sind aber Da Das Macht noch keiner Hier oben Pilze Pilze, Pilze, Pilze Irgendwo Sind bestimmt Pilze Sehr gut Angenehm durchzuminen Einfach eiskalt durchminen War da oben vielleicht? Ja, Pilze Sehr gut Nice Oh, ich habe Mittlerweile so viel Nahkampfstärke Dass ich die Die Slimes fast Immer One-Shot Warum sind hier Schon Tote Wow, was ist Hier Hier ist Lauter Stuff Zum Einsamlen Warum kann ich das Nicht einsamlen? Oh, weil ich Voll bin Hä? Tenor Aber genug Egal Das Weswegen ich hier bin Habe ich bekommen Sehr schön Pilze Ja Pizza Habe ich bekommen Hier ist ja ein ganzer Slime Pool Theoretisch könnten wir Diese Slime Diese Maden Und das andere Zeug Auch extra Areas bauen Wo wir dann den Boden Nur mit dem Zeug Da voll machen Weil die geben ja Beziehungsweise Sind ja auch So irgendwas nütze Dann haben wir Farmspots Prinzipiell So, ich habe jetzt Hier ein wenig Schrott Wieder eingesammelt Seid ihr noch da? So, ruhig Auf einmal Ja, ja Ich bin am Craften Craften Erzähl doch mal Was craftest du? Äh Eine Rüstung Das ist Das ist wichtig Tatsächlich Allerdings Wo war die Bombe? Hier war die Bombe Red Slime Figurine Wo war die? Die müsste man auf so ein Podest drauf tun Äh Hat man jetzt sowas? Ob das diese komischen Münzen mal für irgendwas gut sind So Kein Plan Oh, hat sich schon jemand ein Eisenschwert gegönnt? Bestimmt der Effan Der Effan gönnt sich Der Effan haut dauernd unser kostbares Zeug raus Wir machen uns nicht mal die Tische Haben wir noch acht Eisen? Welche Tische? Na die Crafting Tables die noch übrig sind Der Effan hat ja alles aufgebraucht Ja, ich Naja, die Rüstungen waren teuer Vielleicht wieder darf Wer hat mir gerade dieses Ich Ich habe mir gedacht Du kommst jetzt bestimmt gleich hier vorbei Da habe ich sie dir einfach in den Weg gelegt Turfwall Was habe ich noch so eingesammelt? Hier Schleim habe ich eingesammelt So, was brauche ich noch an Nahrung? Äh, erstmal werfen Also Angeln habe ich jetzt auch schon genug gefunden Angeln Noch eine Mütze Das war gut Dann Ähm Brot habe ich eins gefunden So Pup, 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 pup Pilze rein Die Pflanze brauche ich bloß einmal Das brauche ich bloß einmal Äh Paprika brauche ich noch einmal Moment, habe ich von allem etwas? Das 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 Scheinbar Ja gut Und das in Kombinationen Natürlich Carrot mit Carrot mal probieren Also Rezepte erforschen Carrot mit Carrot Was ergibt das? Dann parallel können wir gleich das nächste Carrot Oh Da hat jemand Paprika drin gelassen Carrot mit Paprika dann eben mal testen Was passiert da? Okay Crunchy Stone Dip Snack Oh Plus 23 Armor Okay Diese Karotten geben also einen Armor Boost Crunchy Pepper Wrap Ja klar Okay die Carrot kriegt Gibt Armor Und dann Okay Es Ich verstehe das System Das gibt da Leben Gooey Stone Dip Das ist not bad Mit einem Fisch Ich wusste gar nicht was der Fisch nochmal brachte Mushroom Soup Ja und der andere Fisch Orange Stone Dip Snack Aha Dann hier kombinieren Und dann Crunchy Groupie Filet Dodge Chance Nicht schlecht Jedes Einzelne Teil hat halt besondere Eigenschaften Wenn man es Mit einem anderen kombiniert wird es natürlich auch das kombiniert Und der Nahrungswert ist glaube ich Besonders 24 Food Food 24 28 Food Das war Critical Was war denn das? Hm Die Beere mit 28 Mit Larvenfleisch Uh Das ist auch nicht das einfachste essen Einzig Blöde ist jetzt für meine experimentellen Essen gibt es kein Ja ja jetzt ist kein Platz da Muss das gegessen werden Hm Naja Leute Ess Die Essenstruhe ist voll Seid ihr noch da? Ihr seid so ruhig So Schlafen beide Hab mich allein gelassen Frech Ah B-b-b-b-b-b Tup Wobei machen wir es so Machen wir jede Menge Pudding Und dann machen wir Ups So 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 Er sieht mal das Na gut Aber prinzipiell Einiges wieder geschafft Jetzt fehlt Eisen prinzipiell Weil die Rabauken alles verkraftet haben Wir haben jetzt volle Rüstung Schwerter fehlen jetzt als nächstes Noch ein paar Tische Beziehungsweise ein paar Jewelry Hört sich interessant an Dann können wir unsere eigenen Amulette und Ringe wahrscheinlich craften Kartografie ist nicht schlecht Und Das hört sich auch interessant an Und das Ja Das ist wirklich schwieriger Ansonsten Drill ist immer noch die Frage Aber ich bin mir sehr sicher Dass wir den Drill hier bekommen Wahrscheinlich Da oder Da drüben Der Drill Habt ihr noch was gebaut? Ne Ne Aber ich vermute Dass wir den Drill bekommen Wenn wir die Hive Mother besiegen Ah ja doch Dachte mir gerade Der Wurm ist ziemlich nah Aber die Karte ist bloß rausgesucht Ja die Hive Mother ist glaube ich das nächste Ziel Nein War das eben ja doch der Wurm Aber Aber der sah irgendwie Der sah irgendwie aus wie eine Spinne Weil es gibt ja bloß noch die Hive Mother Und den Wurm Stimmt Wo ist es denn? Das ist so groß war Weißt du noch wo es ist? Deine Karte müsste ja Also du müsstest In der Karte rein zoomen können Und so Wenn ihr eben Nicht weitergelaufen so hätt Oder kann das Jeder sehen Für sich Ne Dazu müssten wir den Kartografie Tisch bauen Aber wir haben kein Eisen mehr Weil irgendjemand Sich extra ein Schwert Gecraftet hat Ja ich rede dir Mit dir Der gerade AFK ist Oder so Nehmt mal aus der Kiste essen Die Kiste ist voller Essen Ich kann da nichts mehr reintun Ja da kann man ja noch mal da Rinder laufen Wo ich denke Das war zu den Rindern laufen Ja Ne das war der Wurm anscheinend Aber warum sah der so anders aus? Sah irgendwie nicht aus wie ein Wurm Hm So bin wieder da WB Der Wurm Schaut vorne aus Wie eine Spinne Ja Ja genau Dann war es der Wurm Der hat mich einfach überrannt Ja ok Na dann war es wirklich Ich habe gehofft Dass da wirklich ein Boss ist Ähm Es gibt ja nur die beiden Also Ja wir könnten das jetzt mal ausprobieren Den zu killen Ähm Die Frage ist Sind wir schon soweit Ich hätte gerne noch dieses Schwert Die Frage ist Was macht denn der Boss ne Wenn wir da Eine Steinwand reinbauen Weißer ein Ding Geht der da auch durch? Wahrscheinlich Der Ladstor Der walzt doch über alles drüber oder? Ja Glaube ich auch Geht der auch durch Stein? Das weiß ich nicht Aber Ich nehme mal den Stein Ja Wir können es mal probieren Das stimmt schon Hm Gehen wir einfach mal runter Und versuchen es auf dem Weg dann Und ansonsten Basti wir gehen schon mal runter Hm Einen Moment Ich versorg mich noch schnell mit Essen Sie ist ja auf der Karte Wo wir dann sind Ähm Ansonsten Ach ich habe noch jeder mit Carrots Da bei uns Kupfer Hm Der Evan will ne Mauer bauen Ja Wir haben jetzt übrigens gleich 10 Ich weiß nicht wie lange wollt ihr machen Ja das probieren wir jetzt noch mit dem Wurm Und dann Alles klar Und dann Ja Das wird wohl gleich wieder spät Ja Das ist schlimm Das sind schlimme Spiele Ja 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 So Hier habe ich gut ausgeleuchtet Hm Mal kurz schauen Ja eigentlich kann man da rechts Äh da links runter Ja Ja wo gehst du Aber das Ist da was Ja gold haben Ach rote Augen siehst Na dann Ja da Da bin ich dabei Da ist noch Eisen Wo? Oh gold Und da ist noch was Garrett Da könnte Eisen sein Jep Rote Augen Sehe ich auch immer gern Mach ich ihn weg Ja ich mach ihn weg Oh der hat mich erwischt Oh der hat Eisen gedroppt Schön Jetzt sind wir schon wieder abgedriftet Von unserem Vorhaben Ja der Basti hat schon recht Wir wollen auch Schwerter Nicht nur der F Rote Augen Rote Augen Rote Augen Kein nix Uh da leuchtet sehr viel Was leuchtet da so viel Ne Schade Müll Evan testest du Testest du gerade das Mit dem Wurm Ne Ok Ich komm mal zu dir Weil der Wurm ist gerade an uns vorbei Ah da ist seit er Achso das ist Ach das ist ja gar nicht der Evan Das ist der Basti Ja Ja der Evan Der schürft schon wieder zu tief Der ist schon wieder vom Plan abgewichen Ich muss noch was holen Ich muss noch was holen Hm Hier ist nix Eisen zu sehen Ich möchte gerne Eisen haben Mehr Eisen Mehr Eisen Um was zu reißen Ach da ist der Wurmweg Das haben wir rechts Da ist Eisen Oder Carrots Mist Kein schönes Gebiet Hier ist zu wenig Eisen Oh ja Oh das sieht gut aus Ich habe übrigens beim Mining schon Ein extra Skill geperked Dass ich jetzt Eine Chance habe Mehr Eisen zu Also halt Dass doppelt so viel Erz droppt Oh ja Kleine Chance Aber hey Äh ja Jetzt bin ich glaube ich In dieser Wurmböde Moment Moment Ich hole noch das Eisen Und dann komme ich zu dir Ich möchte es ja mitsehen Was da passiert Ähm ja Ich habe immer auf ihn bloß geschlagen Und so Moment Du musst dich glaube ich beeilen Weil der Wurm bald wieder vorbeikommt Ja dann warten wir halt nochmal eine Runde Ist ja kein Thema Da bin ich auf jeden Fall Moment Ich schaue mal lieber auf die Karte Na der Wurm Der braucht noch eine Weile Ja Ich komme dem Wurm entgegen Ich laufe auf dem Wurmweg Und ich behalte ihn auf der Map Im Auge Du bist blau Ja Du bist blau Sehr gut Ja da bin ich ja Das ist die Mauer wo der Wurm rein soll Oh Habe ich sie gerade kaputt gemacht Ja dann mach sie wieder zu Der kommt nämlich da jetzt gleich Bist du bereit zu kämpfen Der kommt Der ist gerade immer lang da Haltet deine Steinschleuder bereit Äh Basti Da solltest du weg Was Basti Du bist auf dem Wurmweg Ich seh keinen Wurm Ja siehst du doch die Map Oh Gott ne Da kommt Der kommt Ja okay hat's Die Mauer eingerissen Okay Welch Überraschung Das war doch klar Na gut Ja jetzt würde ich mir vor Würde ich sagen Mach mal Schluss Und beim nächsten Mal Gehen wir eher Den erst anderen Boss mal an Die Hive Mother Und besuchen die mal Wenn wir genügend Eisen gesammelt haben Meint ihr wir können den Wurm Das besiegen Ich hab keine Ahnung Ich hab ihn immer angegriffen Aber er läuft ja einfach weiter Ich kann ihn nicht aufhalten Also entweder der Schaden ist noch zu wenig Oder Ja Na gut Dann vielen Dank fürs Zusehen Ciao Bis zum nächsten Mal Werdan Möhm Möhm Untertitelung. BR 2018